Wir nutzen das ganze Zeit jetzt, 2 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Pause, beziehungsweise wechseln zu den nächsten Gruppen. Wir runden uns vielleicht jetzt in zwei Gruppen auf, da ist ein Grupperk 5, ein Grupperk 5, weil wir, ich vermute, wir haben nicht so viele kleine Gruppierbänder. Das sind so 5 Personen schlafen sich Gruppierbänder, idealerweise blau oder holen. Also schau, wie das funktioniert. Und wir machen das erste Mal, also die ersten 5 Personen machen hier die erste Part, die anderen 5 Personen machen die zweite und dann wechseln wir nach 8 Minuten. Ja, Holrocks, die Wände in den Inch. Ihr habt die Gruppierbänder, steigt die Gruppierbänder rein und platziert die Gruppierbänder unterhalb des Kniegelenks. Rückenlage, Knie relativ weit auseinanderziehen, die Gruppierbänder zieht bei den Knie zusammen, wieder stehe den, versuche die Ferse hier am Boden zu machen, schiebe da oben die Hüfte, langsam nach unten, touchieren den Boden, explosiv Hüfte strecken. Okay? So, das wäre die erste 20 Sekunden. Dann Hüfte zusammen, oder beziehungsweise alles so. Holrocks, die Holrocks. So.